Der Tipp ist gut, vergesst niemals Erholungsgegner nachzufüllen. Sollte ich mir vielleicht mal merken, wäre vielleicht manchmal gar nicht. Sooo, Dragon Balls Einen gibt's hier. M9. Scheint hier oben noch zu. Ich würde ja gerne wen so einmal voll sammeln, danach kann man ja nochmal ein paar Quests machen Ich dachte halt, wäre auch mal was anderes Vor allem sie mehr mal zu sammeln scheint sich ja schon irgendwie zu lohnen wie ich jetzt gesehen habe so wegen Raditz und dem Seelenabzeichnen und so dann die ganzen Medaille noch irgendwann sammeln weil wir leveln nebenbei, wir sammeln dann geht es weiter dann geht es weiter dann geht es weiter Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay, das war's. Hier. Nein. Oh, Alter. Zack, noch mal zwei, äh, die drei. Haben wir noch mehr? Na, nö. Dann weiter. Ich bin im Schuss versteckt. Hauen wir mal weiter. Ähm, der ist jetzt nördlich. Ich bin im Schuss. Ich bin im Schuss. Ich bin. das war ja die anstrengende noch ein paar fische mitgenommen und welchen also weil es scheint immer hochwertig zu sein nachkommen leute es gab eine zeit haben wir wirklich locker mit der hand gemacht naja sind die ja schon so einen tecken stärker aber auf zu jaulen dafür wird mich das jetzt hab ich oh gott ich will es hier schon kommen wollen wir hier noch einer tatsächlich ja ja aber immer muss das zeitpunkt kommen dann haben wir zu leicht denken nicht mehr öh aber da weg aber hier ja ich kann mal ein kick das ja 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 aber der gegmo ist hier nicht drin ne? ne der drüben drüber sollte genau hier sein war doch ne würde ach hier da wären noch zwei zwei stück noch die haben wir hier oben im Olivendorf und wieder im Lückerdorf und wieder im Lückerdorf BMO Unplug Okay, das waren alle. Nein, das haben wir nicht nur ausgewohlen. Ich habe gewohlen. Aber das ist die Vorlesung. Kommen wir denn da auch so hin? Wenn wir jetzt hier oben da gehen würden. Ich habe es nur probiert, aber ich habe es noch mal. Das sieht schon echt cool aus. So, wir müssen gleich am Ende sein. So wird der Weg nach draußen, sag ich mal. Und erst mal mache ich den Berg kaputt. Okay, ich muss wirklich rausgehen, schade. Ich kann mich leider nicht. So kommen Sie, ich muss ein Schilder-Tippen. Ah, okay. Das hat man nicht bis zum Ladebildschirm und man ist noch ein bisschen mehr unterwegs. So stärkt man dann den... Äh... Das Ding von wegen... Hö? Sag mal. Ne, jetzt bin ich hier. Oh nö, deswegen war ich keine Ladebildschirm. Wow. Nein, ich kann es mal ausprobieren. so look at da hinten wie viele gegner das ist das ist Was ist das? Ich denke, ich blimp. Faktiert ja nicht, was ich mir nicht würde Nee, was da? was ist das alle zusammen ich möchte nochmal gerade das körper quatsch habe ich schon gemacht ich möchte ihn nabbacken ich möchte ihn nabbacken Ich werde keine Negaimu kannaetet, Arun. So, Negaimu oijee! Irgendwie hat er meine... ...Mattkrieg selber verändern, warte mal. Vielen Dank. Und ein Moment, ich gehe sofort. Hier weiter. Achso, ja. Jetzt weiß ich warum. Okay, alles klar. Dann kann ich das nochmal ändern, weil jetzt habe ich den Fehler gefunden. Dann muss ich den nur erst mal finden. Also ist natürlich klar, dass keine NumPad-Tasten funktionieren, wenn NumPad deaktiviert ist. Oh Mann. Oh Mann. So. Jetzt wieder. Entschuldigung. So, aber ich möchte jetzt erstmal wieder ein bisschen den ganzen Nebenquist nachgehen. Hier haben wir ja keine, ne? Nö. Ich glaube, wir gehen mal kurz und gucken, was wir so haben. Die Berserker kriegen wir dann scheinbar jetzt halt eh nicht. Warum auch immer. Sind halt wirklich so mega, mega OP, ne? Ich weiß auch nicht, wie man die besiegen soll, weil die ganze Zeit sind, das sind dann irgendwie 5, 6, 7, 8 Leute mit 9 Leveln über die oder so. Und dann denke ich mir so, ja okay, verstanden. Aber alles. Irgendwann auf Dauer machbar. Bestimmt. Irgendwie. Irgendwann haben wir noch ein paar Leute nebenquist hier. Oh, hier ist Lepper. Ach Gott. Ach kommt Leute. Gewonnen. Oh, aufstieg. Hm, aber was ist der Aufstieg? So, natürlich wieder speichern, weil Nappa. Oder kriegen die anderen auch alle nebenbei noch, warte mal, die nicht in der Gruppe sind, kriegen die auch noch Level-Ups? Ne, oder? Weiß nicht. Werden wir später sehen. So, hier ist Nappa. So. Ich kann auch gesehen. Da. Hey, Nappa. Ah, wir müssen einen Gorn haben. Kriegen wir. Locker hin. Hey, großer Glatzkopf. Auf, auf. Die mitgebrüllen. Oh- company. So. Oh-o-o. Oh, have a boot. 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 Da ist Norden. Das ist irgendwo hier hinten. Das war perfekt gelandet, ey. Ja. okay Warum haben die alle so eine komische Maschine? Was ist denn los bei den Leuten? Sie haben alle so eine komische Roboter. Oh. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Uncool Leute. Uncool. Oh. Noch einer? Wer gibt's denn hier? Was sind alle? Boah alter. Oh wow. 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 Eieiei Wie ist er hier im Schuh, ne? Ohne Worte Da kann man nix eben sagen, also Der macht dann sprachlos Ah, okay So Ich hab noch Aufgaben Die Frage ist nur, wo wir die haben Der Dragon Ball ist nochmal später wieder Lass die Hauptschluss Zack Ja 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 Oh, wie süß Okay, komm wir gehen mal Ich glaub bei Bullen wir da rein müssen wir mal Dann müssten auch noch Quests sein Hey weg da Ich hab vorfahrt Warte mal hier Gibt's Essen Vita Drinks Hm 200.000 TP wäre glaub ich mittlerweile sinnvoller, ne? Wir holen uns mal hiervon 10 Oder 20 Und hiervon auch So, und Und Den Rest für kochen später, also Dann müssen wir auch nochmal Chichi reden später Ja 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 Vielleicht heiratet er auch nie, wenn er wüsste Wenn er mal wüsste Ja Ja gut Ah Ich weiß halt immer noch nicht welche Quests ich jetzt habe, ne? Oder darf ich halt noch nicht Doch hier Pool Hm Hm Er muss sich halt jetzt machen, ne? Aber wo ist Pool? Oh, guck mal jetzt noch Hund Ist ja süß Hier machen kann man nichts Nö Warte So Drinks Nö Hm Wo hat sich Pool versteckt? Okay Nö disorders Mö KONNICHIW James W ، H W Das war's für heute. Oh man, I don't need no. 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 So, wie geht er? Gohan und Piccolo. Oh man, I don't need no. 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 Ja, aber damit werden wir schon klarkommen. Na, da oben im Norden. Oh, ja, ja, im Schluss der Steck. Ich würde bald durch, egal. Take up forever, too. Boom. Das ist cool, ein cooler Ort. Was war hier? Wo kommt der da? Steht mal los. Oh, schön. Ender, mir lecker. So. Was war's hier ne? Ne einer ist noch hier. Wo denn? Ich geh den derzeit nicht. Ach da. Okay. Ich geh den. Ich geh den. Ich bin mir auf der Karte. Ich bin mir auf der Karte. Ich bin nicht so ein... hier irgendwo hier in der richtung bei bäumen also hier ach man hier 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 sehr schön der nächste ist dann oben du gott auch wieder ich wollte dieses renn hier immer machen aber dafür brauche ich halt den führerschein kein so stauert leider noch eine weile wenn ich schon mal hier bin weiter wieder so irgendwo hier und der wasser das war das da gab es noch wege denn genau ein falsches menu das menu genau die richtung immer nach vorne glaube ich da da war es noch einer und er ist bei mutteros irgendwo aber alles klar autos krimen ich kriege ja nicht besiegt so trage und war hier bei den unteren inseln irgendwo das sieht einfach so gut aus mit dem wasser sieht einfach so gut aus das ist das ist das ist das ist das ist im schiff wie gut ja das war's nicht im 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 also der trug erst mal nicht mehr ertrunken und dann noch mit wie geht er happy birthday ich bin echt ein held und 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 der muss halt immer genau hier und runter jetzt haben wir ihn dann rufen wir mal hier was ist das nicht wie mega viel kohle wollte man kann man das vielleicht dadurch dafür gebrauchen könnte man weniger nerven ja ja Das war's für heute. Fini-ich. Komm, wir rufen die jetzt hier. Und so. Dragon Balls. Und jetzt wollen wir... ...Tutorial. Ah, stand erst der Wunsch. Ich glaube, da kommen nachher noch mehr. Also, wir werden hier wieder. Also, wir werden hier wieder. Wir werden aber doch gegen Vegeta kämpfen wollen. So. Mal gucken, wo der rumhängt. Jawoll. Aber wer steigt dann... Steigen die einen echten nebenbei mit auf? Sieht zumindest so aus, ne? Immer 26 ist der geringste. Gucken wir mal gleich. Die fangen aus wirklich schon mit Bällern an, ich glaube, das sagt er. So, Son Goku und seine Freunde sind nicht die einzigen, die nach den Dragon Ball suchen. Auch die Red Ribbon Armee hat die magischen Kugeln im Visier. Während Son Goku und die anderen im Meer nach den Dragon Ball suchen, versucht General Blue, ihn vor ihrer Nase wegzuschnappen und greift sie an. Die Gruppe flieht in eine Unterwasserhöhle und findet nicht nur einen Dragon Ball, sondern auch einen Piratenschutz. So. 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 man sieht halt ja unter wasser echt nicht viel so jetzt nochmal ne die ads sind ja alle an der wand ja aber wie viele telepathische nachreden habe ich ja ich glaube dafür gab es nicht schiefen oder so und dann wird er trinken wieder weil ich ihn nicht rausfinde ja was soll das jetzt hallo hallo ja schlecht jetzt ach komm schon ich kann gar nichts mehr machen ne oh wie doof ich kann nichts mehr drücken ich ertrink jetzt gerade dauerhaft das ist ein bug ja 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 ja